Sie sind bis zu 4 Meter hoch, haben über 20 Tonnen Gewicht und bringen teils mehr als 800 PS ausfällt. Moderne Traktoren, Feldhäcksler, Lader und Mähdrecher sind kraftvoll, energiesparend und sehr effizient. Technologischer Fortschritt des 21. Jahrhunderts. Doch was ist, wenn sie defekt sind? Nichts. Dank Traktag. Austausch, Wartung und Service. Mit Vertrauen in die Zukunft.